fragen an drache kennt ihr das auch metal leute servus und willkommen wie viele von euch wissen werden mir oft fragen gestellt die mich aufregen weil sie gefühlt tausend mal am tag gefragt werden hier eine liste der fragen die mich ankotzen und die dazugehörenden antworten übrigens werde ich diese seite gegebenenfalls aktualisierungen wenig was vergessen habe oder neue fragen aufkommen frage 1 was ist dein lieblings essen band musik etc antwort 1 so etwas wie mein lieblings etc habe ich nicht es gibt bands essen generell sachen die ich mag und nicht mag ich finde es schwachsinn eine band einer anderen vorzuziehen besonders wenn man sie nicht vergleichen kann weil eine zum beispiel metal die andere techno macht also entweder mag ich was oder mag es nicht frage 2 wo warst du schon im urlaub antwort 2 ich war schon in österreich in deutschland viele hauptstädte fragt bitte nicht wegen jeder einzelnen tschechien frankreich das war's bis jetzt frage 3 magst du medel antwort 3 medel ist eine verarsche mit der die hater mich verarschen wollen korrekt geschrieben wird es metal medel mag ich medel gibt es nicht frage 4 was hältst du von hate name einfügen antwort 4 egal welcher hate ob er gutes zeug macht worüber ich auch lache habe ich eine klare meinung sie haben offenbar nichts besseres zu tun ich für meinen teil habe weder die zeit noch den bock so etwas wie hate zu machen ich war heute vier stunden in der sonne gelegen im garten und selbst das war sinnvoller als zu haten lange rede kurzer sinn ich finde egal welchen hate für zeitverschwendung und will soweit ich kann nichts mit denen zu tun haben mehr fällt mir aus dem stehgreif nicht ein wie gesagt ich aktualisierung diese seide vermutlich öfter mal also ab und an mal wieder vorbeischauen wenn eure frage nicht dabei war